Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo? Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe. Ich brauche meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Wer ist dein Name? Na der. Leon. Ich brauche nicht das Schwimmen zu gehen. Kommst du nicht mit? Kann ich. Arbeit lässt sich zu. Schade. So ein Arschloch. Boah, es reicht. Nadja Stecher ist Bademeister. Ist doch mit, dass der letzte Nacht bei ihr war. Schon fertig mit der Arbeit? Scheiße. Ich habe ein Buch geschrieben. Der Beleger findet es scheiße. Sie kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu haben. Wie soll denn dein Buch heißen? Club Sandwich. Club Sandwich? Scheiße. Ist doch ein guter Titel. Club Sandwich? Hab ich es mal lesen gehabt? Auf keinen Fall. Versteh mich nicht falsch. Ich hab's verstanden. Ist ja nett, die Nadja. Ja, sie macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Asche! Asche! Macht Angst, oder? Ja. Merkst du irgendwas noch? Siehst du irgendwas, was um dich rum passiert? Felix meinte, dass alte Nacht das Meer leuchtet. Ich finde es mir ja noch ein bisschen gruselig. Komm doch mit. Ich finde es mir ja noch ein bisschen gruselig. Ich finde es mir ja noch ein paar Minuten, Die Nacht. Ich werde das lachen.